Bruno Gröning sagt, Gott ist der größte Arzt aller Menschen. Aber er wusste auch, dass wir aus der Verbindung mit Gott herausgefallen waren. Und er hat uns wieder mit Gott verbunden. Und über diese Verbindung, über diese geistige Verbindung, das ist jetzt nicht, dass wir mit einem Kabel rumlaufen, sondern über diese geistige Verbindung, bekommen wir all das, was Gott für uns als seine Kinder bereithält. Es ist keine Seltenheit, dass der Bruno Gröning Freundeskreis auf internationale Esoterik- und Gesundheitsmessen eingeladen wird. Im Dezember 2019 reisen Dieter Häusler und Jürgen Block nach Zagreb, um die Lehre Bruno Grönings im Rahmen einer Messe der Kroatischen Föderation für Natur-, Energie- und spirituelle Medizin zu präsentieren. Für viele Menschen, die in so einen Vortrag gegangen sind wie Sie, wurde ein solcher Vortrag zum Wendepunkt in Ihrem Leben, zum Positiven. Der Freundeskreis hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen, was Bruno Gröning damals den Menschen durch seine Lehre weitergegeben hat und was nachweislich schon tausende Menschen geholfen hat, den Menschen zugänglich zu machen, die auf der Suche sind, die Hilfe suchen, die Heilung suchen. Wer war dieser Bruno Gröning? Das Interessante war, dass Bruno Gröning nur durch den Blick, durch sein Wort, durch sein Berühren Heilungen vollziehen konnte. Zu seinen Wirkstätten sind damals bis zu 30.000 Menschen in Süddeutschland geströmt, die nichts anderes wollten, als nur Heilung erleben. Er sprach vor allem über diese göttliche Kraft, die er auch Heilstrom nannte und die jeder einzelne Mensch in sich aufnehmen kann. Und er erklärte den Menschen auf, dass dieser Heilstrom im Körper Heilung bewirken kann. Er hat all sein Wissen in einer Lehre zusammengefasst, mit dem sich die Bruno Gröning-Freunde weltweit beschäftigen und damit unglaubliche Erfolge erzielen. Der Kruh Prijatelja Bruno Gröninga saznao sam preko svoje sadašnje životne saputnice koje sam upoznao i ona me upoznala sa učenjem Bruno Gröninga, što je moj život promijenuo totalno. U jesen 2000. godine sam poslje infekcije dišnih putova dobio jake bolove u grudima koji su se širili u obje ruke. 2001. godine sam u roku od mjesec dana imao dva teška infarkta gdje su me iz bolnice u Zenici prebacili u Tuzlu. Tu mi je ugrađen stent i konstatovano je da bolujem od angine pektoris. Za anginu pektoris znamo da je neiscijeljeva bolest medicinski, međutim ja sam dobio iscijeljenje, ja nemam te probleme. Angina pektoris u prevodu znači bol srčanog mišića. Mene nikad više ništa ne boli, već ima pet godina, a imao sam četri infarkta, to sam sve imao i to je sve prošlo, to je sve izanene. Wir brauchen nicht in die Ferne schweifen bei der Lehre Bruno Grönings, sondern wir können uns jederzeit an jedem Ort, zu Hause oder mit Freunden auf diese Kraft einstellen und sind direkt mit Gott verbunden. In unserem großen Archiv haben wir mittlerweile über 15.000 dokumentierte Hilfen und Heilungen, die auf geistigem Weg geschehen sind. Wir zeichnen und dokumentieren diese Heilungen auf. Wir lassen sie von Ärzten überprüfen, checken und auch dokumentieren, sodass wirklich nachgewiesen ist, ist das eine Heilung auf geistigem Weg oder ist das etwas, was auch von selber verschwunden wäre. Der Bruno Gröning Freundeskreis ist ja weltweit einer der größten Vereinigungen für Heilung auf geistigem Wege. Und wenn man auf einem Kongress wie auf diesem hier ist, in Zagreb, dann sieht man, wie viele Menschen auf der Suche sind. Alles Menschen, die Hilfe und Heilung suchen. Und Bruno Gröning hatte eben auch eine Menge Antworten auf all diese Fragen. Und deswegen empfinde ich gerade diese Lehre absolut zeitgemäß und bringt uns mit diesen Antworten wunderbar durch diese Zeit. Das ist ja das, was im Team der Figur zu sehen. Das war's. Wir werden das unbekannte, das unsere Kraft macht. Durch diese Lehre Bruno Grönings werden wir in die Lage versetzt, diesen göttlichen Heilstrom in uns aufzunehmen. Und dieser Heilstrom ist so intelligent, der kennt die Probleme von uns, der weiß das. Und er hat nur ein Bestreben, alles wieder zu harmonisieren. Und wenn ich jetzt so viele Menschen vor mir sehe, und sie sitzen da und nehmen diese Kraft auf und signalisieren im Anschluss auch, dass sie etwas gespürt haben, dann ist es für mich etwas ganz, ganz Besonderes, weil damit bei diesen Menschen ein Lichtlein und damit Hoffnung und der Glaube angezündet worden ist, dass sie auch in ihrem Leben Erfolg haben können. Dass diese Schmerzen, die sie seit 10, 20, 30 Jahren haben müssen, dass sie das nicht bis zu ihrem Lebensende haben müssen, sondern dass für jeden Einzelnen auch da Erfolg wartet. Und das ist das Schöne, den Menschen dann sagen zu können, bei euch in der Stadt gibt es bereits eine Gemeinschaft. Dort könnt ihr hingehen, dort könnt ihr regelmäßig diese Kraft aufnehmen und könnt dann auch eines Tages hier stehen und berichten, wie ihr Hilfe und Heilung erlebt habt. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl. Untertitelung des folding. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl. Und das ist natürlich ein wunderschönes Hilfes,